Hans Meiser bot den Fernsehsendern einen Bericht über Bundestagsabgeordnete an, die regelmäßig vom Bundestag mit einem Taxischein, also auf Kosten des Steuerzahlers, auf den Berliner Kinderstrich fahren wollten. Sie glauben nicht, dass es nur einen Steinwurf vom Ort, wo deutsche Politiker Gesetze gegen Kinderprostitution beschließen, einen Babystrich gibt? In Berlin ist es nie weit vom Glamour der politischen Promis bis ganz tief in die Gosse. Hans Meiser berichtete über einen ehemaligen deutschen Minister, der Stammgast in einem Berliner Bordellbetrieb ist und dort stets für Ekel unter den Prostituierten sorgt, weil sie sich in seiner Gegenwart stets eine Flasche Piccolo in den After schieben mussten. Der Herr Minister pflegt den Inhalt der Flasche dann zu trinken. Der Herr Ex-Minister wirkt im Fernsehen ja immer so durchaus sympathisch. Da kennen ihn zwei Berliner Prostituierte völlig anders. Sie bekommen Brechreiz, wenn sie den Mann sehen. Aber sie brauchen das Geld. Es gab Belege für alle vorgenannten Geschichten. Steffen Jakob hat seit Jahrzehnten bekannte Politiker und Damen miteinander in Kontakt gebracht. Hier ist er links im Bild zu sehen. Und er hätte sich glücklich geschätzt, mit Hans Meiser über die Übelsten unter unseren üblen Politikern aus erster Hand berichten zu dürfen. Man hat das zu verhindern gewusst. Seit den Zeiten, als Willy Brandt Bürgermeister von Berlin war, hat Steffen Jakob die bekanntesten Männer der Republik in gewissen Stunden mit netten Damen zusammengebracht. Es gibt viele Promis. Die fänden es gar nicht gut, wenn die Öffentlichkeit ihre wirklich schweinischen Seiten erfahren würde. Da schauen deutsche Qualitätsjournalisten, die das alles natürlich wissen, aber lieber ganz fest weg, denn das ist ja die Privatseite unserer lieben Schweinchen. Und es gab bei weitem nicht nur Rotlichtgeschichten. Hans Meiser hatte recherchieren lassen, welche Unternehmer und Politiker bestechlich waren. Und er hatte recherchieren lassen, welche Politiker eine kriminelle Vergangenheit hatten. Und kaum im Amt die eigene Ermittlungsakte vernichten ließen. Die Fernsehproduktionsgesellschaft KREA TV hatte Material, das kein anderer Sender in Deutschland hatte. Und dann zogen die Banken nicht mit und die Sender mochten die hammerharten Beiträge einfach nicht senden. Und Meiser meldete für seine KREA TV Insolvenz an. Ein Verantwortlicher bei einem privaten Fernsehsender sagte Hans Meiser bei einem Treffen, die brisanten Themen seien ja wirklich gut und garantierten auch hohe Einschaltquoten. Er werde den Zuschauern aber vorsichtshalber lieber weiterhin seichte Seifenopern vorservieren. Alles andere sei ja politisch nicht durchsetzbar und schade der eigenen Karriere. Über Jahrzehnte hin haben deutsche Qualitätsmedien hohe Gewinne gemacht und ihre Kunden mit sprödem und belehrendem Einheitsjournalismus abserviert. Immer öfter beklagen sie sich aber heute darüber, dass die Kunden die Nase voll haben und scharenweise ihre Abonnements kündigen. Wer im deutschsprachigen Raum mehrere Tageszeitungen eines einzigen Tages zur Hand nimmt, der spürt schnell, dass die Lektüre stets inhaltlich völlig die gleiche ist. Die Nachrichten unterscheiden sich so wenig voneinander, wie die Seifenopern, mit denen Fernsehsender ihre Zuschauer zu fesseln versuchen. Fast alle Journalisten schreiben heute nur noch von Nachrichtenagenturen voneinander ab. Und so gleichen sich Nachrichten und auch sogenannte Kommentare häufig fast aufs Wort. Die Wünsche und Bedürfnisse der Konsumenten scheinen erstaunlicherweise überhaupt keine Rolle mehr bei den Journalisten zu spielen. Wenn der Bundesbanker Thilo Sarrazin Klartext redet und in allen Umfragen eine große Mehrheit der Deutschen seinen Äußerungen zustimmt, dann nennen deutsche Qualitätsmedien durchweg diesen Mann durchgeknallt, unerhört oder schlicht geschmacklos. Auch wenn die Schweizer sich bei einer Volksabstimmung 2009 mehrheitlich gegen den Bau weiterer Minarette entscheiden, dann nennen deutsche Qualitätsjournalisten das rassistisch oder unerhört. Die selbsternannten Volkserzieher vergessen dabei, dass jene, die bei den vorgenannten Umfragen befragt wurden, eben auch ihre Kunden sind und die Existenz der Journalisten finanzieren. Man nennt solches Verhalten wohl Hochnäsigkeit. Die Folge? Immer mehr Kunden laufen den Journalisten weg. Sie wollen jedenfalls nicht mehr für die Volkserziehung durch gutmenschende Journalisten bezahlen müssen. Massenweise werden so aus einst hochnäsigen Journalisten arbeitslose Hartz-IV-Empfänger. Gab es in den 50er Jahren in der Bundesrepublik noch mehr als 600 Zeitungsverlage, so sind es heute weniger als 350. Seit dem Jahr 2000 haben allein die Tageszeitungen 5 Millionen Käufer verloren. Diese Entwicklung beschleunigt sich immer mehr. Die Zukunft für die Mehrheit der deutschen Qualitätsjournalisten sieht wahrlich düster aus. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, mit welchen geheimen Tricks die großen Verlagshäuser inzwischen krampfhaft noch Erfolge zu suggerieren versuchen. Viele große Zeitungs- und Zeitschriftenverlage lassen nämlich derzeit Tag für Tag zwischen 10 und 15 Prozent der eigenen gedruckten Auflage durch die eigene Werbeabteilung aufkaufen. Fahren Sie dann tagsüber in Lastkraftwagen kreuz und quer durch Deutschland und liefern Sie am nächsten Tag insgeheim zum Einstampfen wieder ab. So suggeriert man den Anzeigenkunden verkaufte Auflagen, die es in Wahrheit schon längst nicht mehr gibt. Ohne diese Tricks wären die Anzeigenpreise deutlich niedriger. Es geht abwärts in der Branche. Allein die im Ruhrgebiet ansässige Verlagsgruppe Watz, von der ich nicht weiß, ob sie möglicherweise auch eigene Auflage durch die Republik kutschieren lässt mit Lastwagen, ich weiß das wirklich nicht und will das für die Watz hier auch nicht behaupten, aber allein die Watz hat 300 ihrer 900 Journalisten entlassen. Entlassungen, wohin man schaut. Von der einst renommierten Süddeutschen Zeitung in München bis hin zum Hamburger Verlagshaus Gruner & Jahr. Lange Jahre haben die Leser die Bevormundung durch Qualitätsjournalisten aus Verlagen, die häufig im Hintergrund gar von politischen Parteien und deren Interessen gesteuert werden. Man muss dazu wissen, viele Zeitungen gehören politischen Parteien. Lange Jahre haben Leser also tapfer ertragen, was da mit ihnen gemacht wurde. Damit ist nun offenkundig immer häufiger Schluss. Denn Nachrichten verbreiten sich rasend schnell über das Internet. Und wenn Bevölkerung und Meinungsmacher eben so sehr auseinanderdriften, wie das bei deutschsprachigen Medien in den vergangenen Jahren immer mehr der Fall ist, dann bleiben die Meinungsmacher, vor allem in Zeiten der Wirtschaftskrise, ganz schnell auf der Strecke. Die große Mehrheit der Journalisten ist weiterhin politisch korrekt. Sie schauen eben immer dann weg, wenn Menschen Unbequemes sagen. Wie etwa beim Finanzcrash und der Wirtschaftskrise. Jene, die wie beispielsweise der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Professor Max Otte schon lange vor dem Wirtschaftscrash mahnend auf die sich abzeichnende Entwicklung hingewiesen hatten, die ernteten von deutschen Qualitätsjournalisten und Meinungsmachern damals ja nur Hohn und Spott. Und Verachtung. Immerhin hat sich ja inzwischen der Chefredakteur der Wirtschaftszeitung Financial Times Deutschland 2009 öffentlich bei seinen Lesern dafür entschuldigt, dass die führenden Wirtschaftsmedien die Wirtschaftskrise lange Zeit weder verstanden noch gesehen haben, bis sie auch jeder Normalbürger auf der Straße hautnah erlebte. Bis dahin hatte man bei den Journalisten abgewiegelt und den Bankern und ihren rosigen Zukunftsprognosen geglaubt. Das, was Journalisten an Fehleinschätzungen bei der Wirtschaftskrise vorgelegt hatten, werden Historiker eines Tages noch aufarbeiten müssen. Geändert hat sich allerdings seither überhaupt nichts. Die Fachjournalisten schreiben weiterhin politisch korrekt eifrig die Presseverlautbarungen der Bundesregierung ab und schwadronieren vom angeblichen wirtschaftlichen Aufschwung, der sich angeblich irgendwo immer wieder am Horizont neu abzeichnet. Sie schaufeln sich damit vielleicht ihr eigenes Grab. Die über Jahrzehnte hin selbstherrlichen und nun sterbenden Medien flehen heute immer öfter in ganzseitigen Berichten um Mitleid für ihre selbstverschuldete Dekadenz. Sie verdrängen dabei, dass sie eine politisch korrekte Monokultur geschaffen haben, die beispielsweise einstigen Waffen-SS-Männern vom Schlage eines Günter Grass bereitwillig und schnell alles verzeiht. Als Star-Autor feiert das ehemalige Nachrichtenmagazin Spiegel auch weiterhin den früheren SS-Mann Günter Grass. Wir sehen das hier in einem Artikel. Zur Erinnerung, Günter Grass hatte sich freiwillig zur verbrecherischen Waffen-SS gemeldet. Niemand hatte ihn dazu gezwungen. Während Spiegel also den ehemaligen Waffen-SS-Mann Günter Grass heute als Star-Autor feiert, wird gleichzeitig eine Tagesschau-Sprecherin wie Eva Herrmann erbarmungslos von einer hetzenden Meute immer weiter verfolgt. Genüsslich berichtet der Spiegel, wie Herr Kerner die angeblich umstrittene Eva Herrmann aus seiner Sendung verweist. Nochmals, das ehemalige Nachrichtenmagazin Spiegel nennt Frau Herrmann umstritten. Den Waffen-SS-Mann Günter Grass aber lässt man hochleben als Star-Autor. Zur Erinnerung, Eva Herrmann hat alle Gerichtsverfahren gewonnen. Sie hat den Nationalsozialismus niemals, wie von journalistischen Schmierfinken immer wieder behauptet, verherrlicht. Hier das letzte Urteil des Oberlandesgerichts Köln dazu. Zitat daraus, Der 15. Zivilsenat verbot dem Verlag, die Moderatorin weiter falsch in der Weise zu zitieren, wonach sie den Nationalsozialismus in Teilen gut geheißen habe, nämlich in Bezug auf die Wertschätzung der Mutter. Außerdem muss der Verlag eine Geldentschädigung von 25.000 Euro zahlen und in einer weiteren Veröffentlichung richtigstellen, dass Frau Herrmann die Äußerung so nicht getätigt hat. Alles klar? Ex-SS-Mann Günter Grass, den Spiegel nie als umstritten Bandmarkt, sondern als Star-Autor tituliert, muss sich auch weiterhin nicht ständig wegen seiner üblen SS-Vergangenheit distanzieren oder rechtfertigen. Das erwartet man aber von der laut ehemaligem Nachrichtenmagazin Spiegel angeblich so umstrittenen Eva Herrmann. Mieser geht's wohl wirklich nicht in der untersten Schublade des deutschen Qualitätsjournalismus. Wer so arbeitet, der muss sich nicht wundern, wenn Bürger Journalisten kritisch gegenüberstehen. Immer mehr Menschen bestellen ihre Zeitungen und Zeitschriften ab und die volkserzieherischen Wochenheftchen wollen sie nicht länger mehr. Sie haben die Nase voll von den selbsternannten Volkserziehern. Die einstmals renommierte Wochenzeitung Die Zeit ärgert das sehr. Man beklagt sich trotzig. Auf dem Spiel steht unsere Meinungsvielfalt. Offenkundig haben die Qualitätsmedien immer noch nicht verstanden, dass sie den Anschluss an den Zug der Zeit in Wahrheit wohl längst verpasst haben. Ihnen ergeht es wie den früheren Volksparteien. Sie bewegen sich ganz langsam, aber sicher stetig in Richtung einer allmählichen Marginalisierung. Derweilen entstehen parallel zum Sinkflug des Qualitätsjournalismus unabhängige und nicht angepasste neue Medien, wie etwa Internetblogs. Sie kommen völlig ohne Journalistenausweis auch und gehören auch nicht zu jenen skrupellosen Meinungsmachern, die unter dem Mäntelchen des Journalismus Sonderrechte für sich in Anspruch nehmen und dreist bis zu 50 Prozent Rabatte von Unternehmen einfordern. Sie haben richtig gehört. Bis zu 50 Prozent Rabatt nehmen Journalisten wie selbstverständlich bei ihren Einkäufen für sich in Anspruch und es gibt Portale, die sich auf diese dreisten medialen Abzocker auch noch spezialisiert haben. Die Qualitätsjournalisten haben mit solchen Selbstherrlichkeiten ein Mahnmal des skrupellosen Werteverfalls eines einstmals renommierten Berufszweiges gesetzt. Sie haben richtig gehört. Jene Journalisten, die in ihren Medien gern über die angebliche RAF-Gier von Vorständen herziehen, verdrängen vollkommen ihre eigene skrupellose RAF-Gier. In keinem anderen Berufsstand gibt es eine annähernd vergleichbare, organisierte, selbstherrliche Beanspruchung von Sonderrechten. Irgendwer muss das alles ja bei den Preisen der Produkte im Endeffekt bezahlen. Und das sind Sie, liebe Zuhörer. Ohne den Journalistenrabatt könnten fast alle Produkte deutlich billiger werden. Wegen ihres Verhaltens rangieren die Vertreter des Qualitätsjournalismus heute nach allen Umfragen im Ansehen der Bevölkerung auf der alleruntersten Stufe. Noch unter den Autoverkäufern und gleich neben den Politikern. Wenn das Institut für Demoskopie Allensbach seit 1966 nach den Berufen fragt, die am meisten geschätzt sind und vor denen man am meisten Achtung hat, dann liegen eindeutig Ärzte, Pfarrer und Hochschulprofessoren ganz weit vorne. Dagegen rangieren Journalisten ganz weit hinten. Urlaub, không?